Bist du ein Kalottenhochtöner? Nein. Bist du ein Konushochtöner? Nein. Bist du ein Biegelwellenwandler? Nein. Oder doch ein Korkschassi? Das rätst du nie. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, bei einem Video letzte Woche, da habe ich schon von gesprochen, von diesem Hochtöner hier. Der ist von Wavecore, ist ein neues Modell und der macht alles ein bisschen anders wie die anderen. Muss man einfach so sagen. Nennt er sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich blende euch das lieber, glaube ich, nochmal ein. Also ich weiß, er fängt an mit TW 045 WA01. Ja, ich blende es euch auf alle Fälle ein. Der ist noch ziemlich neu am Markt. Der ist erst seit ein paar Wochen, vielleicht seit zwei Monaten am Markt. Und der ist mir auf der High-End-Messe am Wavecore-Stand sozusagen über den Weg gelaufen. Ich fand das hochinteressant, das Ding. Weil er im Grunde tatsächlich mehreren Welten angehört, so muss man es sagen. Es ist im Grunde, ja, klassisch gebaut, eine Kalotte. Das schwarze hier in der Mitte natürlich. Im gleichen Durchmesser dahinter sitzt die Schwingspule, 22 mm. Ja, dann läuft das ganze Ding aber nicht über eine kleine Sicke oder sowas einfach in so einen Rand rein. Nein, dann folgt ein Konus-Teil. Das ist hier, ja, dieses grau-weiße Teil, was da dran ist. Das ist ein, ich denke mal, Aluminiumoxid gesintert. Nennt sich Keramikmembran, wie auch immer. Und ist besonders steif und fest natürlich. Und, ja, das hat 45 mm Durchmesser. Aber auch das läuft nicht einfach nur jetzt in einer Sicke und fertig ist. Nein, das wird definiert bedämpft am Rand, ja, über diesen sternförmigen Kunststoff. Ich hatte letzte Woche auch schon kurz was eingeblendet. Ich zeige euch das. Das ganze Teil ist also außen da so ein bisschen beweglich. Man kann es sehen mit den Lichtreflektionen am Rand. Und die, ja, Schallwellen laufen sich da drin so ein bisschen tot. Das ist eigentlich typisch für eine Bauweise eines Biegelwellenwandlers von Manga. Der hat es ganz ähnlich. Der hat diesen sternförmigen Dämpfungs-Schaumstoff, nenne ich es jetzt mal, drauf. Und hier ist es ähnlich gemacht. Also hochinteressant. Jetzt haben wir schon drei Prinzipien. Tatsächlich, also Kalotte, Konus und Biegelwellenwandler. Wavecore selbst, er spricht übrigens interessanterweise in seinem Datenblatt von einem Coax-Chassis. Ja, und da mögen jetzt manche sagen, hey, ein Coax-Chassis, das muss doch immer tatsächlich, ich sag mal, zwei Schwingspulen haben. Und dementsprechend auch die Anschlüsse, also im Grunde einen getrennten Hochtöner irgendwo im Zentrum drin. Das muss nicht unbedingt so sein. Man kann, ich sag mal, eine Trennung der Frequenzbereiche auch mechanisch hinkriegen. Und genau das wurde hier so gemacht. Für die hohen Frequenzen, ja, kommt das Außen hier einfach nicht mehr mit. Schwingt nicht mit, der weiße Teil. Da schwingt im Grunde nur die Kalotte innen drin. Das ist eine Gewebe-Kalotte. Und je tiefer die Frequenzen werden, desto eher schwingt das Ding nachher im äußeren Bereich. Und wie gesagt, das läuft sich dann hier tot am Rand. Hochinteressant. Also haben wir jetzt hier ein Kalotten-Konus-Biegelwellenwandler-Coax-Chassis. Ist ja ein Ding, oder? Wie ist es denn jetzt aufgebaut? Das Ding hat nur 90 Millimeter. Es sieht gar nicht mal so spektakulär aus. Wenn man mal genauer guckt, die Frontplatte ist ziemlich fett. Ich glaube, die hat fast 8 Millimeter. Ich habe es gar nicht genau gemessen. Alles komplett aus Aluminium. Gilt auch für den Rücken hinten. Also diese Kappe, die hinten drauf steckt, ist auch aus Aluminium-Guss. Ich denke mal, das dient der Kühlung, dass das Aluminium genommen wurde. Das Ding ist nämlich auch hoch belastbar. Kann richtig was vertragen. Datenblatt schauen wir uns ja gleich nochmal an. Und ja, innen sind ein paar Neodym-Magneten, die einen wunderbar kräftigen Antrieb bieten. Also, kleine Bauformen, riesiger Wirkungsgrad und in den, ich sage jetzt mal, oberen, mitten, unteren Höhenbereich ein Konus-Teil. Konus-Hochthöner hatten früher immer schon den großen Vorteil gegenüber den Kalotten. Das muss man einfach sagen, dass sie einfach mehr Dampf und mehr Energie in den Raum bringen. Und das versucht Wavecore mit diesem Ding jetzt auch. Das, ich sage mal, so ein bisschen weg von den Kalotten. Und in diesem oberen Mittelton-Bereich einfach mehr Energie erzeugen, mehr Dampf erzeugen, mehr Klang erzeugen. Einfach eine authentischere Wiedergabe. Ja, ob das nun klappt, ich habe nur einen da. Ich baue damit jetzt zur Zeit noch nichts auf. Ich habe den jetzt erstmal noch messtechnisch betrachtet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz gut funktionieren kann. Ja, okay. Dann können wir uns eigentlich schon hier gleich mal rüber bewegen. Einen Hinweis wollte ich noch geben. Danke an, wer war es? Thomas.de Der hat mir nämlich noch den Tipp gegeben, nach dem Video von der letzten Woche, von der High-End-Messe, was ich hatte, meinen Bericht. Hey Frank, schau dir mal Audio-Physik an. Die bauen solche Hochtöner schon ein. Und ja, ich habe es zwar kurz gesehen auf der Messe, aber richtig wahrgenommen habe ich es nicht. Also nochmal danke an Thomas, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil es scheint tatsächlich so zu sein, dass Audio-Physik auch zu solchen Hochtönern jetzt übergegangen ist und sowas benutzt. Und ich meine, die Güte der Audio-Physik-Boxen sollte ja bekannt sein. Also fand ich auch, ja, eigentlich ziemlich interessanter Hinweis von ihm. Danke dir nochmal. So, und jetzt habe ich, glaube ich, erstmal genug gefaselt. Wir gehen mal rüber an den Rechner, schauen uns Messwerte an, gehen auch über das Datenblatt rüber, schauen uns da, ich sage mal, Belastbarkeiten an, die oberhalb der 1000 Watt liegen, unfassbar. Wie soll er das jetzt wieder machen, der Kleine? Ja, Belastbarkeiten oberhalb 1000 Watt. Wie soll er das jetzt machen, der Kleine? Das war gerade mein letzter Spruch. Dabei hilft auch hier ein Blick aufs Datenblatt. Das habe ich ja schon offen auf dem Rechner. Gucken wir erstmal gleich als allererstes da mal hin. Hier ist nämlich dieser Parameter Powerhandling und der ist hier aufgeteilt in Short-Term, Long-Term und Continuous. Was ist das im Grunde? Eine Ultra-Kurzbelastung im Grunde. Das ist ja ein kurzer Burster draufgegeben wird mit einem rosa Rauschen im Normalfall. Und dann ist erstmal, was war das nach dieser Norm? Ich glaube, eine Minute Ruhe, damit das gute Stück ein bisschen abkühlen kann und sich beruhigen kann. Dementsprechend kommen wir hier jetzt auf unfassbare Werte von 1300 Watt. Das Ganze gilt natürlich nur hinter einer Weiche. Hier in diesem Fall eine Weiche zweiter Ordnung, also 12 dB bei 3 kHz getrennt. Das heißt, wenn der Hochtöner nur Frequenzen oberhalb 3 kHz bekommt. Aber trotzdem ist das ein riesiger Wert. Das ist schon ein ungewöhnlicher Wert für einen Hochtöner. Von daher muss ich sagen, ja, Hut ab. Das Ding ist halt gut gekühlt. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Es hat eine Aluminiumrückwand hinten. Und das Ganze dient der Kühlung. Das ist hier übrigens auch in den Features hier aufgeführt. Hier steht nämlich Alu-Chassis mit einem eingebohrten Kühlkörper für eine Steigerung der Langzeitbelastbarkeit. Klar, bei einer kurzen Belastbarkeit. Die Wärme muss sich erst mal verteilen. Beim Langzeitbereich sieht es dann deutlich besser aus. Und auch das sieht man an den Leistungswerten. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, Powerhandling Continuous. Also dauerhaft kann das Ding überbesagter Weiche, also 3 kHz getrennt. Zweiter Ordnung. 180 Watt vertragen. Boah, das ist gar nicht mal so übel. Klasse Wert. Da kommen viele andere Hochtöner gar nicht ran. Von daher auch hier alles soweit richtig gemacht. Schauen wir mal so ein bisschen über die Bilderchen drüber, die wir haben. Sonstige Parameter hier in der Tabelle. Lass uns mal kurz rüber schauen. Wir haben hier einen Schalldruck von 95 Dezibel, den das Ding erzeugt. Da schauen wir jetzt mal wieder genauer, wie es gemessen ist. Hier steht 2,83 Volt auf 1 Meter Entfernung. 2,83 Volt. Das macht man normalerweise bei 8 Ohm Lautsprechern. Das hier ist ein 4 Ohm Lautsprecher. Also der hat jetzt ein bisschen mehr Spannung bekommen, als es, sage ich mal, im Lehrbuch steht. Aber ich schimpfe schon gar nicht mehr. Das hat sich eingebürgert, dass der Schalldruck oft bei 2,83 Volt angegeben wird. Die Verzerrungswerte allerdings bei möglichst wenig Eingangsspannung, damit die Verzerrungen nicht so hoch steigen. Ich gewöhne mich langsam dran. Okay, 4 Ohm Teil, wie gesagt, 95 Dezibel. Leistungswerte haben wir geschaut. Und ansonsten, ja, vielleicht nochmal interessanter Hinweis, was ich vorhin schon sagte. Die Kalotte selbst hat 22 Millimeter Durchmesser hier, während der Rest hier 45 Millimeter Durchmesser hat. Ja, also betrachtet das Ganze, ich sage mal, Wavecore als wirklich als Quark-Chassis. Okay, ja, messwerttechnisch gehen wir mal auf die nächste Seite. Fangen wir mal mit der Impedanz an hier. Da sehe ich eine Resonanzfrequenz von knapp über 800 Hertz, die dort gemessen wurde. Hier ist eine leichte Unregelmäßigkeit drin bei knapp über 1,5 Kilohertz. Das ist nicht der Redewert. Ich denke mal, dieser Hochtöne hat ja im Rücken hinten ein Volumen verbaut. Und dementsprechend wird das vielleicht eine kleine Reflexion oder so was sein. Wie auch immer, ist eine saubere Sache. Steigt hier oben rum wenig an. Das ist auch ganz normal. Ich sehe hier bei dieser Messung ein Minimum im Grunde von 3, was weiß ich, Ohm. Kann ich so nicht nachvollziehen. Und damit würde ich sagen, wechseln wir jetzt einfach mal rüber zu REW. Ich habe ein paar Messungen gemacht. Da sind wir schon vor Ort. Mein Impedanzverlauf sieht ähnlich aus. Auch ich liege knapp über 800 Hertz, was super ist. Ich liebe Kalotten, Lautsprecher, Hochtöner, die eine sehr tiefe Resonanzfrequenz haben. Da kann ich sehr viel mit anfangen. Ich sehe hier auch die Unregelmäßigkeit. Ich habe allerdings ein Minimum von 2,6 Ohm. Ja, Impedanzverläufe sind ja komplexe Verläufe. Wie auch immer, sage ich jetzt mal. Vielleicht muss ich mein System mal wieder neu abgleichen, was ich hier habe. Das glaube ich nicht. Aber es ist ein ganz normaler Wert. Und ich lasse das Ding auch tatsächlich als 4 Ohm Teil durchgehen. Bei Bessen bin ich da ein bisschen strenger. Bei Hochtönern eher weniger, weil da weniger Energie der Verstärker abgeben muss. Dementsprechend lasse ich diesen Verlauf hier oben rum, da wo es interessant ist, als 4 Ohm Chassis durchgehen. Okay, soweit dazu. Wie sieht es jetzt messtechnisch tatsächlich aus? Aufgestellt, ja ihr könnt es sehen, den Hochtöner habe ich hier in meiner großen Schallwand drin. Ich habe den da reingeschraubt, reingebaut. Mikrofon steht hier. Und alle Messungen, das ist jetzt ein bisschen verrückt, aber ist egal. Alle Messungen sind aufgenommen worden in 1 Meter Abstand. Und ja, mit verschiedenen Spannungen. Grundsätzlich, was war jetzt, die meisten Messungen habe ich gemacht mit 2 Volt Eingangsspannung. Wie es sich für ein 4 Ohm Chassis oder mit 4 Ohm angegebenes Chassis gehört. Weil dann gebe ich genau 1 Watt ab. 4 Ohm bei 2 Volt erzeugt 1 Watt Leistung. Die 0 Grad Messung, das ist zum Beispiel diese hier. Da könnt ihr sehen, ich habe die Messung jetzt erst ab 400 Hertz loslaufen lassen. Es ist eine gefensterte Messung, ich habe überhaupt keinen Raumeinfluss dabei. Ich konnte sozusagen das Messfenster so setzen, dass alle Reflektionen, Bodendecke, sonst wie nicht mehr in das Messfenster reinfallen. Und dementsprechend mir die Messung nicht versauen. Ist ja ein Hochtöner, da ist das easy going. So sieht also mein Verlauf hier aus. Da können wir tendenziell sehen, das Ding läuft tatsächlich hier bei 700, 800 Hertz auch schon schön aus seinem Pegel hoch. Er hat hier oben rum immer so einen kleinen Einbruch. Tendenziell sowieso einen leichten Abfall hier immer nach unten. Ja, da gebe ich übrigens schon mal nichts drauf. Das kann man wunderbar mit einer Weiche glatt ziehen. Das soll kein Thema sein, wenn ich da eine Frequenzweiche anbaue. Dann kann ich mir meine Flanke ja so ein bisschen hin designen, wie ich sie brauche. Trotzdem auffällig hier, sage ich mal, so bei 8 Kilohertz oberhalb. Kleiner Einbruch, so eine Kinke nach unten, die er hat. Ich sage mal mit 1,5 dB in etwa. Lass uns nochmal aufs Datenblatt schauen, was das sagt. Das scrollen wir mal schnell hin. Tendenziell sehe ich auch hier diesen abfallenden Verlauf und die Kinke hier nach unten bei 10, 9, 8, 8, 9 Kilohertz. Das sehe ich hier auch. Meine Messung geht nur bis 24 Kilohertz. Wavecore hat hier das Ding gemessen tatsächlich bis, ich sage mal, 30 Kilohertz, 40 Kilohertz. Da kommt dann Abfall. Das Ding scheint also relativ stabil und sauber in der Wavecore-Messung nach oben hin rauszulaufen. Meine Messung geht nun mal nur bis 24 Kilohertz. Alles andere wäre bei mir Kaffeesatzleserei. Okay, aber tendenziell sieht das dann im Grunde genauso aus. Da habe ich nichts dran auszusetzen an dieser Messung. Das passt alles, das ist schön. Wie gesagt, die kleine Kinke nach unten bei 8, 9 Kilohertz. Ja, ob man es wirklich hinterher hört oder ob man vielleicht da noch drauf eingehen kann mit einer Weiche und sonst wie. Kann man alles machen. Ich finde es jetzt erstmal grundsätzlich in Ordnung, den Frequenzverlauf. Gerade auch, wenn ich berücksichtige, ja ich sage mal, welche Art das Chassis ist. Mit diesem völlig verrückten Aufbau, mit der Kalotte plus Konus, diese Einspannung, dieser Ring am Außen. Da steckt schon eine Menge nach Haul hinter und das, denke ich mal, haben die ganz gut hingekriegt. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Schalldruck hier? Diese Messung hier selbst, die bei 2 Volt entstanden ist, steht hier unten 2 Volt Winkel 0 Grad. Liegt jetzt hier so bei 93, je nachdem wo ich es hinlege, 92 Dezibel. Im Datenblatt waren 95 angegeben, das Ganze aber bei 2,83 Volt. Okay, wir können einfach mal 3 dB raufrechnen, dann passt es wieder. Aber spaßeshalber habe ich trotzdem nochmal eine Messung gemacht mit 2,83 Volt. Zack. Und schon liegen wir hier das Stückchen höher, was uns gerade noch gefehlt hat. 95 dB Wirkungsgrad angegeben. Haken hinter. Passt. Ungelogen. Sehe ich in der Sprungantwort irgendwelche Rauheiten, die schaue ich mir immer ganz gerne an. Den Impuls, den haben wir jetzt auf dem Bildschirm. Da sieht man so ein bisschen Rauheiten, Nachschwinger. Aber im Großen und Ganzen bäumt es sich einmal auf hier. Der Impuls fällt ab, schwingt einmal unter und ist ganz schnell wieder am Ende und ruhig. Sieht gut aus. Leichte Zinken, leichte Rauheiten hier drin. Das ist nicht weiter schlimm. Also ein ideales Sprungantwort kann dieser Hochtöner schon mal bieten. Finde ich recht gut. Da sind auch andere bei, die sehen da viel schlimmer aus. Und auch hier wieder gucke ich ganz besonders nach, weil der Aufbau halt so verrückt ist bei diesem Teil. Schauen wir uns mal die Verzerrungswerte an. Also jetzt bei 2,83 Volt gemessen. Was dann ja schon, ich sage mal, einen Tacken mehr ist, als die 2 Volt, die man bei einem 4 Ohm Teil nehmen sollte. Wenn ich mir das mal so anschaue, dann sehe ich hier, ich sage mal, wenn er sich, wenn er langsam in seinen Übertragungsbereich hier eintaucht, dann geht er erstmal sehr, sehr gering los mit 0,2 Prozent Verzerrung. Und dann geht er hier an dieser Stelle leicht hoch bei 3, nee, warte mal, bei 4 bis 5 Kilohertz und läuft dann weiter hier mit 0,5. Bei dieser Messung hat er jetzt natürlich schon ein bisschen mehr Leistung bekommen bei 2,83 Volt. Wie sieht es bei 2 Volt aus? Das können wir auch gleich nochmal schauen. Die Messung habe ich jetzt mal hier auf dem Bildschirm. Und da sieht das nochmal deutlich anders und besser aus. 0,34 hat er hier und hier hat er 0,15 in diesem Bereich Astrein. Top-Werte bei den Verzerrungen her. Richtig gut. Was ich spaßeshalber auch mal gemacht habe, ich habe mal richtig Vollgas gegeben. Und die Messung will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe hier nämlich mal sage und schreibe 8 Volt draufgegeben. Das ist Vollaussteuerung meiner Soundcard, des REW-Systems, also 0 dB FS-Pegel. Da kommt etwa 8 Volt raus. 8 Volt effektiv. Und das sind die Verzerrungsmessungen dazu. Und da liege ich im Übertragungsbereich hier, da wo es losgeht, am tiefsten Punkt immer noch bei 0,5 und im höchsten Punkt ganz knapp über 1 Prozent. Da hat er aber schon richtig auf die Mütze gekriegt. Weil was für einen Schalldruck macht er dann? Kann ich euch zeigen. Da liegt er nämlich, wenn ich hier mal so eine Mittellinie reinlege, sage und schreibe schon bei 104 dB. Also da bluten einem schon die Ohren. Das ist heftig und die Verzerrungswerte sind eigentlich sehr, sehr gut, sind grandios für diesen Bereich. Von daher tipptopp. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe mich da letztens so ein bisschen eingelesen mit diesen Verzerrungsmessungen. Wie gehen da andere vor? Was für Werte geben sie an? Und da habe ich jetzt bei mehreren Herstellern von Fertiglautsprechern übrigens gesehen, die geben so einen 85 dB Pegel an. Was ist das jetzt? Da wird die Messung nicht auf 1 Watt gemacht, sondern es wird gesagt, 85 dB Schalldruck ist so ein bisschen gehobene Zimmerlautstärke. Da, wo die meisten Leute ganz in Ruhe ihre Musik hören. Und bei diesem Wert, da werden die Verzerrungen aufgenommen. Ich habe das auch spaßeshalber gemacht. Ich habe jetzt hier mal die 85 dB Messung. Das heißt, ich habe den Pegel ganz weit runter gedreht. 85 dB im Schnitt. Lass uns schauen. Und wenn ich mir jetzt hier die Verzerrung anschaue, dann liege ich hier sage und schreibe, ich sage mal, bei 0,12 im Schnitt im Übertragungsbereich des Hochtöners. Grandioser Wert. Also der Hochtöner wird da nicht groß Eigenklang erzeugen und nicht groß rumsauen mit seinen harmonischen Schwingungen, die er da macht. und disharmonischen Schwingungen. Von daher, ja, 1A, tip top. Aber was euch jetzt vielleicht aufgefallen ist, mir ist es jedenfalls ins Auge gefallen, diese Messung im sehr, sehr leisen Zustand. Da unterscheidet sich kaum im Grunde der Verzerrungswert hier zwischen, also hier unten rum, bei 3 bis 4 Kilohertz, von dem hier oben rum bei 6 bis 8, 9 Kilohertz. Also dieser Verlauf, ich habe hier einen ganz leichten Anstieg drin, aber der Verlauf ist doch relativ gleichmäßig hier. Keine großen Ausreißer. Ich kann das jetzt mal vergleichen mit meiner High-Power-Messung, die ich gemacht habe. Das habe ich hier bei den Overlays schon auf dem Bildschirm. Ich mache das mal in groß. Und da finde ich das wirklich faszinierend. Wie gesagt, das hier ist diese Messung, wenn ich nur 85 Dezibel Schalldruck habe, die braune. Und die blaue ist die, wenn ich richtig Vollgas gebe. Da sieht man ganz klar, dass im Grunde der Verzerrungswert zu den hohen Frequenzen mehr ansteigt, wenn ich Vollgas gebe. Da kann man schon so ein bisschen sehen, dass bei diesem Chassis im Grunde, ich sage mal, zwei Membranen arbeiten. Einmal die Kalotte in der Mitte. Die ist vielleicht ein bisschen empfindlicher Verzerrung gegenüber, weil da steigen die Verzerrungen doch arg an. Und der eigentliche Konus, das Keramikmaterial außenrum, dem ist es eigentlich völlig egal, wie viel Schalldruck er es kriegt. Das hat immer einen recht geringen Wert. Also der Abstand ist hier geringer als hier, je nach Schalldruck, den ich draufgebe. Interessanter Punkt. Und vielleicht kann man da auch so ein bisschen die Trennfrequenz ablesen zwischen der Kalotte und dem Konus. Das scheint ja irgendwo hier in diesem Bereich zu liegen, dass hier nur noch die Kalotte arbeitet und hier unten der Konus. Und hier scheint irgendwo die Trennfrequenz bei etwa 4 Kilohertz mechanisch eingestellt zu sein bei diesem Gerät. Also so weit weg von einem Coax ist es gar nicht. Ich habe da tatsächlich im Grunde zwei Membransysteme, die da gleichzeitig arbeiten. Hochinteressant finde ich das. Okay. Was finde ich noch gut? Und das finde ich richtig gut. Das muss ich sagen. Ich habe mir erlaubt, meine Winkelmessung zu machen, da mein schöner, wunderbarer Drehteller, den ich euch jetzt nochmal einblende, wunderbar funktioniert. Habe ich das sogar im 5 Grad Winkel gemacht. Ja, wäre jetzt vielleicht nicht ganz notwendig gewesen, aber ich fand es einfach mal interessant. Wenn ich nämlich mal ins Datenblatt reinschaue, dann sehe ich, dass der hier recht früh anfängt zu bündeln, so bei 2, 3 Kilohertz und dann so ziemlich sauberen Abfall nach unten hat. Ja, bis 10 Kilohertz auf alle Fälle immer sehr sauber, was er da macht. Sehr schönes Verhalten. Das ist so ein typisches Waveguide-Verhalten eigentlich. Viele Waveguides haben das. Und dieser einfache Hochtöner, was heißt einfache, so einfach ist er ja nicht, der scheint auch dieses starke Verhalten zu haben, was ich gerne mag, wenn ich Lautsprecher entwickle. Meine Messungen sagen genau das Gleiche. Ich hole die mal auf den Bildschirm. Das sind diese hier. Ich habe die wirklich im 5 Grad Winkel mal durchgezogen hier. Und da könnt ihr dieses starke Verhalten wirklich sehen. Das geht hier wirklich bis 12 Kilohertz. Da drüber ist eh nicht mehr viel los. Und da habe ich wirklich immer diesen grandiosen, genialen, wunderschönen Abfall hier. Ja, finde ich klasse. Also das ist wirklich ein richtig starkes Stück. Und damit habe ich richtig Bock, was zu machen. Ich weiß, bei euch sind auch viele, die mögen Lautsprecher, die, ich sage mal, bis 10 Kilohertz durchlaufen, gerade, egal unter welchem Winkel. Mir persönlich regt das aber immer zu sehr den Raum an. Ich muss dann sehr auf den Raum achten, wie der beschaffen ist, wie ich vielleicht an den Seiten irgendwelche Diffusoren oder Absorber setze, damit ich nicht zu viel Schallenergie von der Seite kriege. Dazu gehört dann auch noch, dass solche Lautsprecher oftmals, ich sage mal, Räumlichkeiten erzeugen, die nicht wirklich auf der Platte drauf sind, durch diese vielen Reflexionen im Raum. Ich bin kein Rundstrahler-Fan, ich bin kein Fan von Lautsprechern, die zu breit strahlen. Habe ich schon mal gesagt, ich habe gerne meinen Sitzplatz und dann habe ich die perfekte erste Welle und kann dann im Grunde hören, was auf der Platte drauf ist. So höre ich. Und dieser Hochtöner, der scheint das wirklich auch, ich sage mal, mir so wiedergeben zu können, wenn ich mir diesen Abfall anschaue, er fängt früh an und dann macht er das ganz, ganz gleichmäßig. Richtig schön, richtig klasse, finde ich gut. Was ihr sonst auch immer noch sehen wollt, ist das Wasserfalldiagramm. Das kann ich euch auch noch mal auf den Bildschirm holen. Zack, so, da habe ich es. Ja, was sehen wir? In dem Bereich, wo er oben hier eh seine kleine Kinke nach unten hat, zeige ich euch noch mal. Also hier in diesem Bereich, da fällt er dann auch leicht verfrüht ab. Gehen wir noch mal hin. Ja, er schwingt etwas schneller ab hier an dieser Stelle. Ist nicht der Rede wert, würde ich sagen. Ansonsten ist es eine gleichmäßige Geschichte. Im Bereich seiner Resonanzfrequenz. Gehen wir mal hin. Die lag er ungefähr bei 800 Hertz. Ja, fällt er hier so ein bisschen verspätet ab. Ist kein Wunder, da ist die Resonanz. Ist aber außerhalb des Übertragungsbereiches. Was sehe ich sonst noch? Hier hinten sehe ich noch mal eine leichte, leichte Verzögerung hier bei 1,5 Kilohertz. Da ist er auch noch mal leicht verzögert am Abfallen. 1,4 und. Ach so, lass uns mal auf den Impedanzverlauf gucken. Den hatten wir ja hier. Ja, 1,4, 1,5. Das ist genau, wo er hier noch diese kleine Kinke hat. Wie gesagt, wahrscheinlich irgendeine Resonanzerscheinung innerhalb des kleinen Gehäuses, obwohl 1,5 Kilohertz. Wie auch immer, gebe ich nichts draus. Das Ding fällt schnell ab, fällt sauber ab und gut ist. Da weiß die Maus keinen Faden ab, das passt. Also auch beim Wasserfall gibt es bei mir nichts zu meckern. Sieht gut aus. Kann man machen. Ja, also alles in allem ein hochinteressantes Chassis für mich. Ich habe da richtig Bock, was mitzumachen. Habe, wie gesagt, nur ein Chassis zur Zeit hier. Das war ja das Messemuster. Was sagt ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Soll ich damit was machen? Soll ich damit eine Box bauen? Die darf dann auch ruhig ein bisschen high-endiger werden, denke ich mal. Und warum sage ich das? Schaut mal auf den Preis. Ich habe es schon auf dem Bildschirm hier. Das gute Stück ist jetzt erstmal eingepreist mit 275 Euro. Das ist nicht wenig für so ein kleines, unscheinbares Ding. Das weiß ich. Aber ich denke mal, in der Summe aller Eigenschaften, Belastbarkeit, Schalldruck, Verzerrungsverhalten und ich denke mal, auch die Dynamik, die da letztendlich rauskommt, ist es unter Umständen ein schönes, kleines Projektwert, muss ich mal sagen. Also 275 Euro zur Zeit. Ja, ich weiß, teuer, teuer. Schreibt es mir einfach mal, was ihr von dem Ding haltet. Und ja, dann wollen wir mal gucken, ob ich damit irgendwie weitermachen. Okay, dann soll es das erstmal für heute wieder gewesen sein. Wie geht es weiter? Ich mache mal so ein bisschen Platz. Da könnt ihr hinter mir schon was stehen sehen. Damit soll es auch weitergehen. Was das ist, das wissen alle die, die den Kanal schon ein bisschen verfolgen. Ich habe es nämlich schon mal erwähnt, dass ich da auf ein ganz bestimmtes Gerät heiß bin. Und ich habe es hier im Grunde aufgeschraubterweise schon auf meinem Messplatz stehen. Da bin ich schon bei. Auch das wird kommen. Könnt ihr auch mal raten, was es ist. Und unten unterschreiben. Okay. Alles klar. Soweit. Ich bin do weit durch. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao. Bis nächstes Mal. Vielen Dank.